Hallo und herzlich willkommen zurück zu Geldwurst 2 Let's Play mit mir, Ementor diesmal beim Aufnehmen und Co-Kommentator Pharah Hallo liebe Mann, hoffe euch wird's gefallen mal in Ementors, dich zu sehen Ja, ihr seht wie ich spiele, also fail Trauen, nicht trauen? Bäh Ach, verdammt Ok, wir müssen Level 11 werden Na, dann komm mal mit Ja, der kommt in unsere Richtung nicht gut Down Dann mal schnell laufen Bäm Mal retzen Das gibt immer gutes Karma Komm, er kommt näher Really? Tatsächlich Ey, der verfolgt uns Nimm Ja, du hast, im Moyen during Nimm TEN Beide Es ist der Ich würde dir empfehlen zu laufen. Aus irgendeinem Grund, Computer nicht laufen wollen. Achso, Computer sagt nein. Ja, der Computer hat mich auf den Desktop geschickt. Wie fies. Ja, ja, sehr böse. So, da ist die Wegmarke. Daun machen, so, perfekt. Oh, wir sind Ascalon sehr nahe. Pff, Ascalon, man, die Instanz wird Hammer mäßig Hammer. Hammer mäßig Hammer. Oh ja, der Nebel von Ascalon zieht sich hier schon aus. Moment, verkaufen. Ja, such nach Ascalon, Hamba. Der Ort des Outfits dreht sich. Ja, dann machen wir das mal. Suchen wir Hammer, Hammer, was auch immer. Suchen, suchen, suchen. Wir sind Hammer. Wir sind in dem Outfit Hammer. Das sind, äh, Flachlandwurm, Flachlandwurm, Ah, dann müssen wir wohl hier rein. Wir sind in dem Outfit Hammer. Und, wir haben, Ascalon Hammer. Nein, muss was anderes sein. Ah, der unten ist noch ein Fertigkeits-Turm. Uh, Pokéball, flieg. Hast du einen Gegner? Ja. Uh, noch einer. Das, komm. Komm, wir gehen erst die Dings holen, den, also den Fertigkeits-Turm. Äh, wo ist denn der? Ach, und da ist noch ein zweiter daneben. Und? Noch Hammer nehmen. So, Freude am Hammer. Gar nicht mehr. Bam, 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 bam. Und? Geister können sterben, Leute. Logik, du bist verschwunden. Ich hab schon jemals lobt. Uh, das hier wird hart. Drei Gegner. Woher warst du das? Moment, 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 Moment. Moment. Wir machen mal Überzahl. Und sogar mehr. Wo wusstest du das mit dem Drei? Weil ich die Weg, den hier schon öfters gemacht habe. Ah, ooh, äh. Einen besiegt, Folge noch, einige. Einen. So, und weiter zu gleich. Dieses Schwert möchte ich haben. Ich möchte dieses Schwert haben. Hilf mir rauszuziehen. Ascalon hat man. Und daneben. Klar. Schöner Sprung, aber leider daneben. Uh. Asche Legion. Retzen, 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 retzen. Er ist oben. Playboy. Können wir die Bäuerin. Ich würde den Spruch mal... Ich würde den Spruch mal... Sag ich mal... austreiben. Also nicht wiederholen, bitte. Schönen wir den Bauer. Das kann auch negativ bewertet werden. Ja, 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 Ich stecke aber da, ist ein Bauer. Boah, Boah. Nein, sie sterben. Okay, sie sterben, wir bekommen Punkte, wenn wir sie resen. Ah, ihr sterbt, los. Oh, schade. Pw war zu schnell. Verdammt für unsere... Dass wir pro sind. Komm hier rüber. Verdammt für unser Können. Oh, ein Schwert. Es ist das Master Schwert. Ach nein, doch nicht. Ich dachte jetzt, ich würde jetzt der neue Link werden. Ach ja, Cha Link. Statt grün noch mit Fell. Statt grün noch mit Fell. Was steht da? Dieses Schwert ist schon rostig vom Alter, doch scharf ist es immer noch. Auf der Klinge befindet sich eine rune Schrift, eine rune Schrift, die jedoch schon fast verschwunden und ganz unnästlich ist. Na klar. Basta. Also. Ach, hier sind noch. Ne Backel. Ich bin fertig. Ah, mir fehlt noch. für 90% hast du. Woher weißt du das immer? Huch. Jetzt hast du nur noch 97%. Und geschafft. Wir sind Hammer. Hä. Mal schauen, was der an Karma-Punkte so zu verkaufen hat. Jo, wo ist der Kerl? Auf, ach ja, die Basis. und ich bin auch nicht level 11. Cheater! Spür meinen Zorn! Tja! So! Ähm, was nehme ich denn? Brunnen der Verderbten? Brunnen der Kraft? Schattenunhold herbeirufen! Das nehme ich! Gehen! Boah! Ah, 20 erst! Äh, Kraft, Kraft, Moment, Edel Ring, Edel Ring und Accessoire, komm, nehmen wir das mal. Edel Ring, komm, hierhin, Edel Accessoire, uh, guck mal an, da hab ich ja schon zwei. Heilkraft, CK, äh, ha, ha, CK, komm. Eigenschaften, aus was skill ich mich denn? Großheit, für die Nutzung von Experten... Mann, machen wir weiter, ich hab noch keine Skillung freigeschaltet. Oh, ich muss eh mal ein Buch kaufen. Na, ich hab eins dabei. Ja, dann komm mal mit, ich weiß noch wo wir das machen können. Mann, mir fehlt noch... gute... ja, 400 Erfahrungsboote. Ja, dann komm mal mit, die machen wir jetzt schnell, bei einer Quest. Ich glaub das ist die Arena, wo ich dich jetzt hin will. Ja, das ist die Arena. Ah, die war ich auch schon mal. Mit dem Main. Warte, Edel. Gopfer, Edel. Wir farmen dich jetzt ab, yeah, Gopfer, Edel. Zack, guck. Das war auch viel, guck. Oh, ich hab ein Reparaturkanister bekommen. Wann hab ich stehen denn gesagt? Muss Wut unterdrücken. Muss nicht Enrage gehen. Möchte niemanden, der Pfarrer heißt, umbringen. 3 Stunden später. Down. Ah, Enrage. Da sagt man, dass V.O.W. nicht auch nur ein bisschen hier drin ist. Okay, hier hoch in die Arena. Arena. Da haben wir noch gut Zeit. Los. Warte, ich nehm jetzt Schwert und Schild. Ich mach das gerne, dann bin ich wie der Blitz. Also ich muss eins sagen, deine Schattenkreateuren sind mir irgendwie unheimlich. Äh, ich nehm Schwer. Schwer. Ich muss ein bisschen was bieten hier. Wir sind Pro-Gamer, Guild Wars-Gamer hier. Wir können das. Aus dem großen Tor kommen sie. Aus dem großen Tor kommen sie. Sie verhauen uns wie kleines Vieh. Sein Vor. Noch keiner da, bitte wach Wenn's dann kloppen würde, irgendwie Es kommt gleich Zehn Stunden später Also ich glaube, das Let's Play ist schon länger vorbei Äh, ja Fail Fuck Lass die Arena jetzt abkacken, das gibt's doch Na, gerade jetzt Ach komm, mach mal, mach mal einfach Ne, zum Test Oh Ah, bingo Und los Äh, okay Buh, pfazack, buh, ah Ups Spürt den Zorn des Schachtens Tja, ein Mentor Zack Und zack, zack, zack Sehr schön Das war ja nicht so schwer Ja, nochmal schwer Immer schwer, immer schwer Geht schnell Ey, wir zeigen, wir zeigen mal was anderes Jetzt nehmen wir mal die Separatisten Ja, Separatisten Für die, die es nicht wissen Separatisten Sind Rebellen der Menschen Also die, die nicht einverstanden sind Dass die Menschen mit den Schad Mit den Schar Zusammenarbeiten Das sind sie Sie erheben sich wie Geister Sind aber lebendige Menschen Werden zu Geister Wenn wir mit ihnen fertig sind Ich Hast du auch gerade ein Event Ja Mit vollen Punktzahl, hä Wir sind awesome Okay, wie haben wir das gemacht? Ich habe ein Level Updates bekommen Ey, super So Leute Warte Bevor du anfängst Ich habe Weil ich so gut bin Vorhin ein Buch Schon im Voraus gekauft Äh So Zahlen wir kurz Haben wir hier Eigenschaften Da haben wir Eifer Ausstrahlung Verrat Kannst nicht warten Also Erklär es gleich Und geschafft Na, ich noch nicht Wie du noch nicht Ich noch nicht Ich weiß nicht wie du das machst Mit deinen Schiedsern Aber ich noch nicht Leute So Noch einmal Dann zeige ich den Leuten noch Mit den Skillungen hier Weiter geht Und dann War es mit dieser Folge So Okay Wieder Tower noch Machen wir das noch fertig Dann stell dich Dann stell dich mal ans Tor Lass keinen raus Er kommt Er kommt Er kommt Ja Ja So geht das Innere Kochzeite So Richtiger Fokus So Jetzt zeige ich noch schnell die Skillung So Skillung hier Ergenschaften Wir haben hier Eifer für Kraft Und ja Was Im Jury stark ist Dann hier Ausstrahlung für Präzision Und Zustandsschaden Hier noch Auch Zustandsschaden Tapferkeit Bekommt Zähigkeit Und kritischer Schaden Das sind eher für die Tanks Was wir auch Skinnen werden Meiner Meinung nach Dann haben wir noch hier Vitalität Teilung Was Ehre ist Und noch die Vierte ist Tugend Für Ja Extra Boni Sag ich mal So Da wir es können Ich gehe zuerst mal Heilung Ich gehe mal auf Zähigkeit Da gehen wir nicht so schnell Down Gut dann So Ja Ich weiß Tolle Ich trece Ich nehme das So Also das war es mit dieser Folge von Let's Play Guild Wars 2 Hoffe hat euch gefallen Abonniert Kommentiert Daumen nach oben Push den Button Und macht uns ruhig fertig Wenn wir was falsch gemacht haben Aber nicht zu fertig Da werde ich zu emotional Also Bis dahin Leute Cheerio Cheerio